Sonst kommt für die Gesundheit so gut in Tirol. Vielleicht hat er das in einen schönen Zusammenhang stellt. Die IKT-Dösungen kommen, da hast du Informationen bekommen, das ist etwas, was der FHG tut und auch für die Ausbildung tut. Wir haben da rechts das Monikon, kann man manuell einstellen, ob man abgehört hat. Diese Station ist ausgestattet oder eignet. Wir machen Sie an. Dann kann man... Kann man dann sagen... Es freut mich sehr, heute einen Gast aus der Universität Tieflis bei uns am ACP, bei uns an der Fachhochschule Gesundheit begrüßen zu können. Insbesondere freut es mich, weil wir in Tieflis ein wohl funktionierendes, sehr gutes Simulationszentrum gesehen haben. Und das war unser Vorbild. Und wir konnten auf Basis dieses Vorbildes jetzt heute hier bei uns ein Simulations- und Interprofessionelles Trainingszentrum eröffnen. Und wir sind auch sehr stolz, so wie Sie sehr stolz sind auf Ihr Simulationszentrum, sind wir stolz auf unser Interprofessionelles Trainingszentrum. Was für das night, wenn Sie alle in der Stadt eine Tagung haben und da einmal in der Stadt eine Tagung ist. Das war es eine Tagung, das alles in der Stadt, das wir am 만들sten, das wir in der Stadt. Eine Zeit hat. Als ich ihm mir vorlesen, war es ein, das war es eine Tagung. Der Tag ist das letzte Centrum, das war, sie hat eine inspirierte Tilgüge und das auf uns eineных Tour, und die wir in der Stadt möchten. Also, wir haben das eine Klugge des Zwerbsbricht. die wir in Tieflis. Wir haben uns auch eine sehr, sehr interessante� Frage. Vielen Dank.